Unterwegs Im 67er Mustang War ein Daily Driver In den USA Also wurde täglich gefahren Hängt schön am Gas Läuft sehr schön geradeaus Bremsen ziehen auch recht gut Sogar der Kickdown funktioniert Außen geprimert Sehr schönes Rostfreies Auto Mit einem neuen Armaturen Brettoberteil und einem neuen Instrumentencluster Funktionierenden Tacho Restliche Instrumente Funktionieren ebenfalls Müll Untertitelung des ZDF für funk, 2017